Und jetzt Roland Colombin, der Flieger von Garmisch-Partenkirchen und von Stavoria Morsin, 1'15'73! Neue beste Zwischenzeit für Colombin! Und in der Hocke geht er hinein in die Wegscheide! Portiert das Tempo noch! Jetzt muss er nur das S gut erwischen! Bestzeit ist 1'56'38! Gut! Neue beste Zwischenzeit für Colombin in der Spitze!